Die Band, mit der ich auf diese Platte eingespielt habe. Die aktuelle Besetzung der Mantel-Hiller-Band. Jetzt müsste eigentlich der Vorhang aufgehen. Da müsste Michel Hoffmann, Udo Kistner und Thomas Kahl herauskommen. Und dann sind sie. Die Band, mit der ich auf diese Platte eingefallen habe. Für die Liebe nicht genug. Für mich selbst ein Adderrocker, für die anderen selbst betrug. Mein Lebensraum ist chariös, das macht mich nicht nervös. Für die Welt ein bisschen wildfremd, für die Kirche zu tolerant. Für die Werbung zu gehemmt und als Verkäufer zu arrogant. Für die Politik bis zu grünen und der Kleid wird zu privat. Für die Industrie zu müde und die Popwelt viel zu vat. Meine ganzen Angst vor uns vor uns, das macht mich nicht nervös. Für die900-Hiller-Band. Musik 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 Ja, Bruce! Ja, Bruce!